Jungs, Mr. Mike, heute mal wieder ein kleines Update. Bei uns in Bayern ist mittlerweile auch der Frühling eingetroffen, aber wie ihr seht sind einige Plätze, vor allem meine Lieblingsplätze, immer noch mit Schnee bedeckt. Hier der in Aschau, da ich auch sehr viele Videos gedreht habe, schöne Schneeschicht oben drauf, die anderen Plätze, da wo auch ein Gewinnspiel zurzeit läuft, da könnt ihr auch gerne mal vorbei checken. Rechts oben in der Ecke findet ihr den Link dazu. Schätzt das Datum, wann der Schneeberg, der Schneegletscher verschwunden ist, das wird auf jeden Fall noch ein paar Monate dauern, weil da ist wirklich abgefahren viel Schnee drauf, was ich echt sehr schade finde. Das Gute ist bei mir in Bayern, ich habe wirklich eine Menge Auswahl an guten Korts, also da fehlt es mir überhaupt nicht. Das, was mir fehlt, sind Baller. Plätze habe ich ohne Ende, aber Baller sieht man hier wirklich sehr, sehr, sehr selten. Ich nehme euch jetzt hier noch ein bisschen mit über diese schöne Schneelandschaft in Aschau. Ihr seht schon, es sieht echt geil aus. Ich persönlich kann da mit dem Schnee aber trotzdem überhaupt nichts anfangen. Ich fahre keinen Ski, ich fahre nicht Langlauf, aber so von der Optik her, macht das echt was her, finde ich. Aber jetzt hatten wir doch lang genug Schnee, ich finde, jetzt könnte es sich langsam mal verziehen. Und das Schöne ist natürlich, dass jetzt auch der Frühling da ist, die Sonne scheint, aber es wird echt noch lange dauern, bis der ganze Schnee geschmolzen ist. Checkt mal das andere Video aus, oben rechts an der Ecke ist das Video verlinkt. Das habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen, wenn ihr Schnee nicht gewohnt seid. Das ist wirklich abgefahren. Abgefahren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, lasst mir noch ein Abo da. Für alles weitere vielen Dank, euer Mr. Mike. bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bye-bye. vent Bis zum nächsten Mal.